Nach 30 Jahren Ehe stirbt der Ehemann, die Ehefrau sitzt vor der Urne und starrt sie an, öffnet die Urne, verteilt den Inhalt am Tisch, teilt den Inhalt in ungefähr drei gleich große Hauferl und sagt 30 Jahre lang waren wir verheiratet, 30 Jahre hast du gesoffen, weg damit, schau den zweiten Haufmann 30 Jahre lang waren wir verheiratet, 30 Jahre hast du mich betrogen, weg damit Schaut den dritten Haufmann und sagt 30 Jahre waren wir verheiratet, 30 Jahre wolltest du einen geblasen bekommen Wow Ich glaube, das braucht alles ein Nerviges Ohne sagen tutti nichts mehr Dem nonprofit quell يد